Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 44.000 US-Dollar, die Korrektur lässt weiterhin auf sich warten und ich merke schon in der Telegram-Gruppe, viele rechnen einfach gar nicht mehr damit beziehungsweise nicht nur in der Telegram-Gruppe, sondern auch unter den Kommentaren vom letzten Video. Viele glauben einfach nicht mehr, dass überhaupt noch eine Korrektur kommt. Ich bin weiterhin felsenfest davon überzeugt und wir schauen uns jetzt nochmal ganz genau an, warum ich der Meinung bin und wo uns möglicherweise sogar diese Korrektur hinführen könnte. Natürlich, die Zeit läuft ab, wir haben jetzt heute schon, das muss ich selber mal gucken, den 22. Dezember, maximal 26.12., das war ja so mein Timeframe, bis die Börsen dann wieder aufmachen. Schauen wir mal, ob es wirklich soweit kommt, bevor wir hier doch starten. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto und auch Stockmärkte traden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 44.100 US-Dollar. Wir sehen, wir haben uns gestern nochmal hier ein bisschen in diesem Preisbereich akkumuliert. Wir haben auch nicht mal mehr gestern die 43.000 US-Dollar-Marke mehr gesehen. Nein, wir haben nur diese letzten Hochpunkte hier nochmal als Support getestet. Das Handelsvolumen ist weiterhin deutlich, deutlich rückläufig. Also wir sehen schon, das Volumen verpisst sich, kann man das so sagen, verpisst sich langsam aus dem Markt, sorry für meine Ausdrucksweise an diesem frühen Morgen. Wir haben noch genügend Liquidität hier oben an diesem einen Hochpunkt, den wir noch nicht abgeholt haben. Das ist hier dieser Preisbereich bei knapp 44.700 US-Dollar und haben auch sogar weiterhin Luft noch bis 45.900 US-Dollar. Das sind eigentlich so die Maximalziele, die ich mir jetzt nochmal vorstellen kann, dass nochmal so dieser letzte Schub nach oben hinkommt, Volumen geht jetzt wie gesagt langsam raus und dann eben die Korrektur. Was stützt diese Annahme noch? Dafür müssen wir mal ganz kurz in den Daily-Time-Film gehen und da seht ihr schon, beziehungsweise habe ich es gestern auch schon in der Telegram-Gruppe gepostet, dass ich weiterhin davon ausgehe, dass wir hier ein schönes Doppeltop möglicherweise derzeit haben. Dafür würde ich aber gerne, ich weiß, in der Vergangenheit war es immer 50-50-Entscheidung, würde ich mir gerne eben noch die Liquidität hier drüber holen, gleichzeitig eine Bearish Divergence auslösen. Das würde nämlich mit den RSI sehr, sehr gut passen und dann eben die Korrektur sehen. Und wo würde uns die hinbringen? Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet, habe es aber ein bisschen passiver angelegt, also jetzt nicht ganz bis runter zu den WIX, weil manche Börsen hatten wieder manche WIX nicht, deswegen ein bisschen passiver hier gemacht. Und wenn wir das dann eben hier unten anlegen, sehen wir, okay, wir würden zwischen, ich sage jetzt mal 37.600 und 36.800 US-Dollar rauskommen. Was für eine Überraschung. Das ist genau dieses Preisziel, was wir eben schon jetzt seit ungefähr 1, 2 Wochen ungefähr immer wieder mal angesprochen haben, zum Akkumulieren, zum weiter Long aufbauen. Und daran halte ich auch erst einmal fest. Dafür, wie gesagt, wäre es top, wenn wir einfach die Liquidität hier drüber noch holen. Es lässt sich ja auch noch auf dieser Liquidity-Map nachprüfen, dass hier oben immer noch ein bisschen was an Liquidität liegt. Wundert mich auch ehrlich gesagt nicht. Und viele Long-Positionen sind jetzt einfach hier in diesem Ausmaß jetzt erst einmal angewachsen. Auch unsere von dieser Woche bei unter 41.000 US-Dollar, die läuft ja auch schon. Würden wir die Chance kriegen, jetzt mit unserem Fünferhebel, sage ich mal, einfach hier durchzuschießen bis zum All-Time-High? Ich bezweifle das immer noch. Vielleicht bin ich derzeit einfach ein bisschen zu pessimistisch. Aber für mich ist das alles momentan nicht rational. Wir müssen oder wir haben gestern wieder News bekommen, okay, SEC trifft sich mit allen oder telefoniert mit allen ETF-Teilnehmern. Alles gut, ordentlich. Wir wissen mittlerweile, dass die ETFs Cash-Only werden. Auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass da nicht Bitcoin hingeschickt werden können. Dass sie gekauft werden. Alles extrem bullisch. Warum nicht nochmal ganz kurz alle raus crashen? Crashen? Keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Das ist einfach so, wie jeder hinterher. Es hat nichts damit zu tun, dass ich ultra bearish bin. Ich würde mir nur wünschen, dass einfach noch diese Korrektur kommt. Die Funding-Fees nach unten gesetzt werden. Und wir einfach nochmal diese letzte Möglichkeit einfach dann nochmal haben, Frische aus dem Markt zu spielen. Und dann mit neuen Mumm ins neue Jahr reinzustarten. Ausblick habe ich übrigens abgedreht. Kommt nächste Woche dann am 27.12., wie ich so über das Jahr 2024 denke. Und wie ich mir das alles vorstelle. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ansonsten, ja, tut sich, wie gesagt, reichlich wenig. Was man vielleicht noch im 4-Stunden-Timeframe, da muss ich jetzt aber ehrlich sein, das habe ich erst bei Felix gesehen. Da wäre ich selber nicht auf den Trichter gekommen. Also Felix, verzeih es mir. Die Bildung eines Rising Wedge, was sich hier immer mehr andeutet, derzeit zumindest. Das können wir mal noch ein bisschen im Blick behalten. Auch natürlich grundsätzlich ein Short-Indikator. Also alles, was momentan so an bearishem Momentum hier reinkommt. Mit dem Double Top. Mit dem Rising Wedge, was sich hier langsam bildet. Mit dem Bearish Divergence, die wir auf dem Daily-Timeframe kriegen könnten. Die noch nicht ganz fixiert ist. Mit dem sinkenden Volumen. Spricht alles dafür, dass diese Korrektur schnell, heftig und phänomenal schnell wird einfach. Und ja, das sind jetzt einfach nur mal meine Gründe und ich hoffe, es ist verständlich. Ansonsten gucken wir trotzdem mal ganz kurz, wie es bei Traders Reality, den Indikator aussieht. Wir haben unseren Trend ja wieder hier halten können. Sind wieder drüber gekommen. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Daily Open. Wie gesagt, Volumen absolut grausig. Normalerweise der Kurs kommt zu Richtung Donnerstag und Freitag wieder zurück. Das würde sich dann wiederum hier aussprechen, dass wir hier nochmal in den Bereich der 42.400 US-Dollar gehen. Wir haben die Vector-Handle hier gestern nicht ganz abgefischt. Und auch nicht so wirklich geil gewesen auf einem 1-Stunden-Timeframe. Auf einem 4-Stunden-Timeframe haben wir jetzt schon zwei Vector-Handles. Haben aber noch keine blaue Stopping-Volume bekommen. Also es spricht noch einiges dafür, dass wir nochmal diesen letzten Peak nach oben hin sehen. Und dann erst eben diesen Short-Impuls. Beides würde ich nicht traden. Ich würde weder jetzt noch Long gehen, ich würde weder jetzt noch Short gehen. Wir haben ein verlängertes Wochenende mit Weihnachten etc. pp. Würde ich nicht machen. Nutzt diese Korrektur, sollte sie kommen, zum Spot kaufen und zum Long-Position aufbauen. Aber nicht jetzt hier in diesem Preislevel noch irgendwie versuchen, auf Biegen und Brechen eine Long-Position aufzumachen. Wenn möglicherweise dieser letzte Schuss hier noch reinkommt bis 44.700 oder maximal 45.800 US-Dollar. Das sind so die letzten Dinger, die ich noch sehe. Vielleicht knacken wir noch die 45k. Einfach weil das wieder so eine psychologische Tausender-Marke ist. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber übertreibt es jetzt einfach nicht. Das Doppeltop, die Bearish-Divergence, spricht alles eher dafür, dass wir eben jetzt so langsam aber sicher die Korrektur bekommen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier muss man ehrlicherweise sagen, gestern nicht mehr diese Position abgeholt. Ethereum sowieso ein bisschen lagging im Gegensatz zu Bitcoin und den anderen Coins. Hier muss man sagen, es tut sich reichlich wenig. Ihr seht es auch in dem Indikator. Wir haben zwar den 4-Stunden-Trend wieder hier bekommen. Im 1-Stunden-Trend schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Auch hier sind wir wieder im Trend. Aber so ein richtiger Impuls nach oben kommt hier einfach nicht. Wir haben hier eigentlich eine typische Seitwärtsphase mittlerweile gebildet. Ineffizienz nach oben wurde gefüllt. Also hier würde ich mich sowieso fernhalten. Vor allem, wenn wir mal ganz kurz das FIP-Level ziehen. Wir sind hier schon mehrmals angedocht. Normalerweise müsste der Kurs jetzt hier, würde passen zu Bitcoin Nummer 45k, hier locker durchrennen Richtung 2450 oder sogar 2500 US-Dollar. Und dann kommt auch hier die massive Korrektur. Auf Daily-Sicht schauen wir uns das auch mal an. Wie sieht es dort aus? Kein schönes Doppeltop, so wie bei Bitcoin derzeit. Wir haben hier eher so einen eierigen Aufwärtstrend. Also Aufwärtstrend sowieso. Aber so richtig überzeugt bin ich hier noch nicht. Der wurde nämlich schon einmal gebrochen. Kämpfen uns jetzt gerade wieder zurück. Also richtig stabil sieht es nicht aus. Deswegen für mich Ethereum momentan absolut uninteressant. Würde ich mich einfach fernhalten. Wenn die Korrektur kommt, nachkaufen. Wo könnte uns die Korrektur hinführen? Auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass vor allem dieser Preisbereich hier unten um 1900 US-Dollar. 1700 wird für mich immer unwahrscheinlicher. Da müsste schon heftig was passieren. Weil wenn wir uns das jetzt mal prozentual angucken, würde das eine Korrektur von 25% bedeuten. Da müsste Bitcoin schon deutlich fallen. Ich rechne bei Bitcoin zwischen 10 und maximal 15%. Momentan so ein bisschen an Korrektur. Je nachdem wie viel wir noch steigen könnten. 20% noch werden. Dann wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten gehe ich hier eher davon aus, dass wir Richtung 1900 US-Dollar noch einmal fallen. Ja, ansonsten war es das für heute. Später kommt noch ein neues Update zu New Eternal Live. Ganz, ganz wichtig. Bitte angucken. Und ansonsten, ja, Analyse auf KryptoGuru. 12 Uhr Podcast. Da kann ich immer nur noch dran erinnern. Ich hoffe, es ist hier immer noch gespeichert. Hört euch unseren Podcast Krypto in Moor an. Heute um 12 Uhr kommt die letzte Folge des Jahres. Und die letzten Folgen kamen sehr, sehr gut an. Hört euch die gerne an. Würden uns riesig darüber freuen. Und auch hier gerne ein Like und eine Sternebewertung da lassen. Das war es dann von mir. Like da lassen, Abo da lassen, in die Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns später wieder. Ach, ich bin heute noch ein bisschen verpeilt. Keine Ahnung, was heute los ist. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay Krypto.